so heute probiere ich mal was anderes ihr wisst nein anders wer mich kennt der weiß ich bin ein großer gilmore girls fan und es gibt dennoch viele die diese serie noch nicht geschaut haben und damit ihr das entweder nicht müsst oder dennoch bock habt es zu tun versuche ich euch diese serie jetzt in wenigen sekunden zusammenzufassen das wird was also allein erziehende mutter trifft schlechte entscheidungen tochter wird alles besser machen macht die gleichen fehler beide vergnügen sich mit jungs die im laufe der story nicht gut für sie sind dann gibt es noch die mutter die probiert das beste für ihre familie zu wollen die eigentlich die großmutter ist und ich mich gerade versprochen habe aber alles nur noch schlimmer macht und in einer ganz anderen welt lebt als ihre restliche verwandtschaft familien trauma dies das macht ganz viel spaß drama so jetzt wollte das doch bestimmt alle sehen